Pulsiere mit deiner Atmung, genieße das nach vorne Fallen deines Beckens. Und dann von hier atme nochmal ein, halte deinen Nabel gut zur Wirbelsäule gestogen, atme aus, setze langsam deine Knie ab, roll über deine gekreuzten Unterschenkel oder die parallelen Unterschenkel und komm wieder nach vorne zum Sitzen, zum vorderen Mattenrand. Atme nochmal ein hier, mit deiner Ausatmung roll langsam nach unten. Bring dein rechtes Bein mit Knöchel über deinen linken Oberschenkel, atme ein, atme aus, komm in eine Drehbewegung. Final Twist, wenn du willst, mit deiner linken Hand drück deinen rechten Oberschenkel ein klein wenig weg von dir, spür die sanfte Öffnung für deine rechte Rückseite, deinen unteren Rücken und bleib gut bei deiner 3D-Atmung. Wenn du willst, löse deine linke Hand, komm zurück unterstützt, in die Mitte befreie dein rechtes Bein. Zieh deine Arme nochmal aus deinem Tor so weit zur Seite und komm in Twisted Roots. Beide Knie übereinander, beide Beine fallen nach links, lass mit deiner Einatmung ein Body Vinyasa entstehen, dein rechter Arm kreist. Du findest immer wieder deinen Oberkörper mehr nach rechts drehen, deine Schultern in eine neutrale Position zurückkommen, mit weiten Schlüsselbeinen, Schultern gut geerdet. Letzter großer Kreis, spür wie du mit deiner Einatmung deinen Tor so verlängern kannst und mit deiner Ausatmung die Rotation deiner Brustwirbelsäule unterstützen kannst durch deine Armbewegung. Dann finde dich hier gut getragen vom Boden, kannst die Augen gerne schließen, fühle dich gut in deinen Körper ein, spür deine Atmung und genieße das Sein mit dir. Vielleicht öffnet dein Körper ein wenig mehr Raum, bring es erstens den Kopf zurück zur Mitte, komm dann mit beiden Beinen wieder neutral vor dir, Knie zur Decke, Zehenspitzen zum Boden, erde deine Füße, komm in deine entlastende Schulterbrücke, dein Becken darf schwer pendeln, während du zurückkommst zum Boden. Und wir wechseln auf die andere Seite, zuerst linker Knöchel über rechten Oberschenkel, atme nochmal ein, atme aus, steig zur Seite, spür wie du die Vorderseite deiner linken Leiste befreist, die Außenlinie, finde deine ruhige 3D-Atmung vom Beginn der Klasse, genieße gute integrierte Schultern, den Bodenkontakt und dein Sein mit dir, dein Wahrnehmen. Und dann komm langsam zurück zur Mitte, löse deinen linken Fuß vom rechten Bein, bring beide Knie wieder aneinander, atme einher und mit einer Ausatmung lass beide Knie langsam nach rechts fallen. Spür, dass du die Höhe deiner Knie zu deinen Schultern so variierst, dass du dich wohlfühlst im unteren Rücken, aber gleichzeitig auch eine dehnende Bewegung spüren kannst, so dass dein Körper dir hilft, anzukommen und gleichzeitig auch neue Bewegung in dir zu spüren und zu finden. Vertiefe die Position wieder durch ein Bodhi Vinyasa, ein Kreisen deines linken Arms. Mit jeder Einatmung darf dein Arm von Hüfte über Kopf kreisen und mit einer Ausatmung spür, wie sich deine Brust mehr zur Seite verdrehen kann, deine Schultern sich vorne wieder weiten, du gut zum Boden sinkst. Letztes Mal, wir atmen ein, nützen auch hier dieses Volumen in unserer Lunge, um mehr Raum zu haben, wenn wir uns mit der Ausatmung zur Seite verdrehen und ankommen. Spür, du kannst den Kopf ganz abgeben, deine Füße und Beine sind gut getragen, du kannst deine Atmung vom Bauch zu Herz, von rechts nach links und von vorne nach hinten ganz genießen. Vielleicht öffnet der Körper ganz automatisch durch deine Achtsamkeit. Komm langsam zurück mit dem Kopf nach oben, atme ein, atme aus, bring beide Beine wieder zurück zum Boden, die Knie, zur Decke oder zum Himmel. Atme ein und mit einer Ausatmung komm nochmal in dieses wunderbar entlastende Apanasana. Mach kleine Pendelbewegungen des Kopfes, spür, wie du dich mit deiner Ausatmung immer wieder leeren kannst, vor allem wenn die Knie näher zur Brust kommen und entlasse nochmal den unteren Rücken vom Tauchen, vom Tragen der Jacke, der Bleigewichte, der Flasche. Und dann nimm ein wenig Schwung, komm nochmal hoch, atme ein hier, atme aus, schließ für dich deine Praxis ab, lass deinen Oberkörper sich nochmal befreien und einpendeln, find dich mit weiten Schultern, Lumbarwirbelsäule wieder released. Eine gute Atemwahrnehmung und ich sage dir herzlichen Dank fürs Üben, ich hoffe du fühlst dich befreit und wünsche dir viel Spaß bei neuen Tauchgängen. Wenn dir gefällt, bitte sei so lieb, trag dich für meinen Kanal ein und aktiviere auch das Glockensymbol, sodass du alle neuen Video-Vorschläge von mir bekommst. Danke, dass du da bist. Alles Liebe. Namste.